Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Dass Einkaufen die Lust auf einen Kaffee, ein 9 oder ein 4 steigert oder sogar den Hunger auf ein lustig angerichtetes Menü weckt, ist nichts Neues. Die naheliegendste Antwort in Sommerfall heisst Goop-Restaurant. Fast überall hat es ein Goop-Restaurant. Und sogar in der eleganten Bahnhofstrasse im Zentrum von Zürich haben sie die Gelegenheit, sich abwechslungsreich und preisgünstig zu verpflegen. Kommen Sie doch einfach mit und überzeugen sich selber. Die Rolltreppe bringt uns bequem in den dritten Stock, wo sich das gemütliche Restaurant und die modern eingerichtete Küche befinden. Neben den Spezialitäten à la carte wird auch der beliebte Menü-Hit der Woche zubereitet. Jetzt gerade ist das ein geschnetzeltes Kalbfleisch Zürcher Art mit Rösti. Ein beliebter Klassiker, den wir Ihnen für weniger als 10 Franken offerieren. Wer kein fertiges Menü möchte, ist sein eigener Küchechef und stellt sich das Essen à la carte zusammen. Unter 12 Sorten Gemüse, 8 Sorten Fleisch und 5 Beilagen findet auch der verwönte Gast für sich etwas Passendes. Oder kann bei der Salat, der beleideten Brötchen oder dem Dessert nach Herzenslust schwelgen. Und das ist neu in den Coop-Restaurants. Koup-Klassiker in feinster Klassiker-Qualität. 5 verschiedene Glacé-Koups, einer lustiger als der andere, stehen zur Wahl. Koup Dänemark, Koup Caramel, Pêche Melba, Koup Maison und Koup Iscafé. Dank dem Deckel, der mit einem einfachen Handgriff zum Fuss wird, haben Sie übrigens auch in der Selbstbedienung Gewehr für optimale Frische und Warenschutz. Soviel von unserem Besuch aus dem Coop-Restaurant St. Annahof in Zürich. Die gleichen Angebote offerieren Ihnen aber auch die weiteren 119 Restaurants in der ganzen Schweiz, sei es in Iverdon, in Zug oder Bellinzona. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von diesen Restaurants freuen sich auf Ihren Besuch. Und zufrieden mit Ihrem Espresso-Schäumchen? Schauen Sie doch die von Mastro Lorenzo an! Tastes so good like you know it's sure The Lip Sensation I've traveled all over through the heat and the snow But I never met nothing that excited me more Espresso Mastro Lorenzo Jakobs Mastro Lorenzo, um ein Scheuchen frischer The Lip Sensation Ebenfalls kein Unbekannte ist der Galactinas Best Burger aus rein biologischem Anbau. Der vollbiologische Galactinas Best Burger In Würfel schneiden In den Pfannen Brötchen Mit der Champignonsauce vermischen Zusammen mit Teigwaren anrichten Und der Familie ein vollwertiges Menü servieren Galactinas Best Burger à la carte Und weiter geht's mit einem überraschenden, nicht alltäglichen Vorschlag aus dem Kochstudio Und zwar knüpfen wir den, wo viele von Ihnen das Jahr Sommerferien verbracht haben In Griechenland Zwei mittlere Zwiebeln und eine Knobelichzeche habe ich geschält und fein gehackt Die Zucchini gerüstet und in 1 cm dicke Scheibe geschnitten Im Olivenöl zuerst Zwiebeln und Knoblauch abdämpfen, dann die Zucchini dazugeben und mittämpfen Nach 1-2 Minuten der Violone oder Arborio-Reis beifügen, mit Bouillon ablöschen und solange Flüssigkeit nachgießen, bis der Reis al dente gekocht ist Jetzt geht's mit dem Guss weiter Vier Eier verquirlen und mit einem Becher sauren Halbrahm und Parmesan vermischen In Streifen geschnittenen Basilikum beifügen und den Guss mit Salz und Pfeffer würzen Zum Schluss der Feta, der griechische Schafskäse, in Würfel schneiden und ebenfalls beifügen Anschliessend kommt der Zucchini-Reis mit dem Guss in eine bebutterte Auflaufform und für 20 Minuten zum Überbachen in vorgeheizten Ofen Dann können Sie Ihre Familie oder Ihre Gäste mit dem köstlichen Gericht, das uns übrigens ein Zuschauer aus Neuchatel vorgeschlagen hat, überraschen Das Rezept mit den genauen Zutaten finden Sie diese Woche in der Coop-Zeitung Ich bin sicher, Sie werden es demnächst schon ausprobieren günstig kochen und günstig einkaufen können Sie, wenn Sie unsere Aktionsangebote beachten Jetzt zum Beispiel gibt es eine ganze Reihe von Produkten zum Thema Bella Italia zum Aktionspreis Zum Beispiel Barilla Tortellini kostet nur 2,95 Euro Im Weiteren kosten drei Packungen Vialone Risotto-Reis nur 3,80 Euro Vier Becher Coupe Chantilly sind 1,10 Franken günstiger Ein Kilo gehackendes Rindfleisch kostet nur 10 Franken Ausserdem offerieren wir Ihnen diesen komfortable Schlafsack mit Thermofüllmaterial 30 Franken günstiger Coop und auch das Coop-Restaurant sind zurzeit am Conte-Var Suisse in Lausanne mit einer umfassenden Ausstellung zum Thema Naturaplan und einem speziellen Naturaplan-Teller Wenn Sie den nächsten Tag auf Lausanne und an Conte-Var gehen, würde es uns freuen, wenn Sie uns dort besuchen würden Bis dann, danke fürs Interesse und auf Wiedersehen!